Gerade ist das Quickstart-PDF für das neue Discworld-Rollenspiel Adventures in Ankh-Morpork von Modiphius erschienen. Mitte Oktober soll das auf Kickstarter gefundet werden und der Verlag hat dieses 48-seitige Heft schon mal rumgeschickt, um Hype zu erzeugen. Wir haben vollmundig angekündigt, über dieses Projekt rauf und runter zu berichten und deswegen machen wir das jetzt auch. Heute mit einem Ersteindruck dieses Schnellstarters und ganz bald hoffentlich mit einem Let's Play. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, wo kommt das denn jetzt her? Auf diesem Kanal gab es doch noch nie was zur Scheibenwelt, auch keine Pen-Paper-Runde auf dem Let's Play-Kanal, dabei gibt es doch schon seit Jahrzehnten ein Scheibenwelt-Rollenspiel, Discworld GURPS. Wieso seid ihr denn jetzt auf einmal Scheibenwelt-Nerds? Aber ich mein's ernst und ich geh mal zurück ins Jahr 2006. Dieser Kanal hier wurde damals angelegt mit der URL youtube.com.lnlfan und die funktioniert bis heute. Der Name sollte bedeuten Lords and Ladies Fan Film, denn wir planten unseren Fan-Film zum Scheibenwelt-Roman Lords and Ladies hier hochzuladen. Den Trailer findet man auch immer noch und man erkennt da Leute wie Steff, Julia Knobloch von der Lovecraft-Gesellschaft und ich weiß nicht, wer dieses Baby hier ist. Den Film haben wir unter anderem auf englischen Scheibenwelt-Cons gedreht und wir haben ihn in Absprache mit Terry Pratchett selbst auf DVD verkauft und den Erlös an die Orang-Utan Foundation gespendet. Man bekommt ihn bei uns, wenn man Patreon ist, irgendwo versteckt in einem Archiv, etwas verschämt, weil er wirklich nicht sehr gut ist, aber werdet deswegen bitte nicht Patron. Wenn ihr ihn sehen wollt, dann spendet was an die Orang-Utan, Stiftung und ich schicke euch ne URL. Wir haben sogar mal ein Scheibenwelt-Larb veranstaltet und auf diesem ist das Material entstanden, dass in dem Video die 10 schlimmsten Sünden der SL veröffentlicht wurde. Aber Discworld-Gurps haben wir zwar gelesen, es ist eins der Bücher, das am längsten in unserer Sammlung ist, doch wir hatten nie Lust es zu spielen. Es basiert eben auf Gurps und dessen Regeln sind eben, wie der Name sagt, generisch. Wir begrüßen es also, dass es ein neues Scheibenwelt-Rollenspiel geben wird, das Regeln mitbringt, die wirklich auf dieses Setting zugeschnitten sind. Oder sind sie das überhaupt? Was bietet denn der Schnellstarter? Die Hälfte der 48 Seiten wird von einem Einstiegsabenteuer eingenommen und dazu gibt's fünf vorgefertigte Charaktere, eine kurze Einführung in die Welt und eine Regelerklärung, die man auch als Übersicht auf dem Heftrücken findet. Die allermeisten Illustrationen stammen von Paul Kidby, der den Look der Scheibenwelt seit den 90ern geprägt hat wie kein anderer. Die Illus sind recycelt aus Buchcovern, Artbooks oder dem Buch The Last Hero. Und die Charakterbilder scheinen mir neu zu sein. Der Schreibstil ist angenehm, wenn auch teils etwas zu bemüht witzig, aber okay, bei Pratchett saß auch nicht jeder Gag. Die Regeln sind dann sehr, sehr minimalistisch. Es gibt keine Werte, keine Lebensenergie, keine speziellen Mechanismen für den Kampf, man würfelt also keine Angriffe und es gibt auch keine Rüstungsklasse. Ein Charakter wird vielmehr nur durch um die acht Traits, also Charakterzüge beschrieben. Also sowas wie Mitglied der Wache, Zwerg aus den Schatten oder zwei linke Füße, aber das Herz eines Löwen. Und wenn es etwas zu tun gibt, dann soll ein Spieler oder eine Spielerin anhand dieser Eigenschaften erklären, wie sie eingesetzt werden, um das Ziel zu erreichen. Und das kann und soll auch gern an den Haaren herbeigezogen sein. Sollte es zum Kampf kommen, läuft das genauso. Statt Schaden gibt es dann einen Trait, der eben hinderlich ist, wie Platzwunde an der Schläfe oder Beine ab. Keine Ahnung. Diese Charakterzüge muss man sich, abgesehen von den jetzt hier Vorgefertigten, selber ausdenken und DSL muss neue erfinden, wenn sich das im Spiel ergibt. Wer hier an Fade denkt, der liegt ganz sicher nicht falsch, allerdings gibt es hier etwas weniger Player Empowerment, denn DSL entscheidet mehr als die SCs, zum Beispiel welche Würfel benutzt werden, um eine Probe abzulegen. Die Erfolgsschwelle wird dabei nicht von der SL festgelegt, sondern mit einem W8 ausgewürfelt. Und die SL entscheidet dann, welchen Würfel W4, W6, W10 oder W12 eine Spielerin benutzen darf, auf Basis des ausgewählten Trades. Dazu kommt noch ein Gummipunktmechanismus, Glück, eine Regelung für Konsequenzen und Fehlschläge und das war's dann eigentlich auch schon. Das sind fast eher Erzählspielregeln und welche mit einem massiven Glücksfaktor noch dazu. Aber wer sich mit der Scheibenwelt gut auskennt, hat damit eigentlich schon alles, um direkt loszuspielen. Ich vermute, das fertige Buch wird viel mehr Vorschläge für Trades, Spezies, Hintergründe und so weiter enthalten und die Scheibenwelt oder zumindest Ankh-Morpork detaillierter vorstellen. Aber mal sehen. Das mitgelieferte Abenteuer ist ein niedliches kleines Ermittlungsabenteuer aus Sicht der Wache, das in Lady Rankins Drachenpension beginnt, wo eingebrochen wurde und das durch mehrere ikonische Schauplätze führt. Es ist gut aufbereitet und arbeitet mit einigen typischen Themen Terry Pratchets. Eine Wertung gibt's dazu natürlich nicht. Das PDF bekam man gratis, wenn man sich im Newsletter eingeschrieben hat und da kriegt man's auch, glaub ich, immer noch. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten, was wir vom fertigen Produkt halten und wie es sich spielt. Vielen Dank. Ich brauche nur einen Befehl zu geben. Und tausende von Zauberern, die horchen mir nicht oder brummen was oder haben irgendwelche Einwände. Erinnerst du dich an? Ja.